Was über Kate's Krebserkrankung bekannt ist. Mit ihrer Videobotschaft beendet Prinzessin Catherine die Spekulationen über ihre Gesundheit. Warum machen die Royals das jetzt erst öffentlich? Und wie geht es weiter für Großbritanniens künftige Königin? Der Überblick. Wochenlangen wurde spekuliert, dann wandte sich Prinzessin Catherine mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit. Bei ihr sei nach ihrer Bauchoperation im Januar Krebs festgestellt worden. Auf Rat der Ärzte erhalte die 42-Jährige nun eine Chemotherapie. Das Video, das Sie hier mit deutschen Untertiteln ansehen können, ist ein ungewöhnlicher Schritt, auch für die Royals. Anlass dürften die seit Wochen kursierenden Gerüchte sein, als noch unklar war, warum die Gattin von Kronprinz William der Öffentlichkeit fernblieb. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Woran ist Kate erkrankt? Die genaue Diagnose ist unklar. Kate spricht in ihrem Video davon, dass bei Tests nach ihrer Operation Krebs festgestellt worden sei. Mehr Details hat auch der Kensington Palace nicht öffentlich gemacht. Die Prinzessin hat ein Recht auf medizinische Privatsphäre, wie wir alle, sagte ein Sprecher. Ähnlich ging die Royal Family auch bei der Krebserkrankung von Kates Schwiegervater, König Charles III., 75, vor. Auch der Monarch wird wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt. Bisher hieß es doch aber, sie habe keinen Krebs. Richtig. Kate war Mitte Januar im Bauchraum operiert worden. Damals sei man davon ausgegangen, dass es sich nicht um Krebs handele, sagte Kate in dem Video. Die Operation war erfolgreich. Spätere Tests hätten dann allerdings ergeben, dass Krebs vorhanden gewesen sei. Das sei natürlich ein großer Schock gewesen. Warum machen die Royals das jetzt erst öffentlich? Lange wurden medizinische Informationen des britischen Königshauses als reine Privatsache betrachtet. Dass Charles seine Erkrankung bekannt gab, galt schon als ungewöhnlicher Schritt. Der einen moderneren Weg andeutete. Charles allerdings ist Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs. Seine Abwesenheit hätte man noch schlechter erklären können als die seiner Schwiegertochter Kate. Warum spricht Kate nun dennoch über ihre Krebserkrankung? Nach Einschätzung von Beobachtern liegt das auch an den vielen Spekulationen. Im Internet hätten sich lächerliche, absurde Theorien verbreitet, sagte Königshausbeobachtin Jenny Bond dem Fernsehsender Sky News. Sie hoffe, dass sich die Trolle in sozialen Medien schimmten. Auf die Frage, ob der Palast die Entscheidung wegen des Drucks getroffen habe, sagte Bond, ja, wahrscheinlich. Und ich finde, dass Kate niemals das Gefühl hätte haben sollen, dass es deswegen notwendig ist, sich vor eine Fernsehkamera zu setzen und sich zu ihrer Gesundheit zu äußern.